Ja, das hat heute, das hat vorhin mein Teamleiter auch gesagt. Aber ganz ehrlich, ich glaube ein Schalker könntest du da schon eher sagen, da ist die Höchststrafe. Also ich würde mich umbringen. Ich würde mich in irgendeiner Ecke aufhängen. Kein Wunder, dass Blackwood China... Ne, den Hönes. Ich auch nicht. Die Art und Weise von dem... Ja, ganz Bayern ist unsympathisch. Unser Auftrag ist es, ihre Aktivitäten in China und darüber hinaus in die Knie zu zwingen. Ich glaube, der würde sogar seine Oma bescheißen. Na, Kampf, oder? Machen wir halt, oder? Wir brauchen was sowieso, also. Oh, nicht wegrennen. Wir brauchen mal Nahkampf. Oh, der war ein Zweck auf Schleifbild. Oh, okay. Dann in der Nahkampf halt. Das ist richtig. Wo ist der Specki denn nochmal? Hat einer den? Munition, Gesundheit und Handlung regeneriert. Kameraden wiederbelebt. Oh. Ist der tot? Ja, ich lag da rum. Konnte nichts machen. Oh, scheiße. Ich muss heilen. Wer war tot? Keiner ist tot. War schon wieder ein Schild. Ja, warte. Ich mach dich heilen. Wie stark sind die denn? Das ist normal. Ey, kacke. Du hängst im Auto. Geht's denn hier lang? Achso, dann. Hier ist ein Specki. Ja. Woho, der war nicht wahr. Abstauber. Da brauchen wir noch fünf Stück von. Du hast da einen Augenblick schneller geworfen als ich leider. Ja. War nur mal zwei. Naja, es sei denn jemand, der Funk dazwischen. So wie Parson. So wie Parson. So wie Parson. Warte, chill die? Chill die! Dann wird man denn von dem umgeworfen. Munition, Gesundheit und Panzerung regeneriert. Immer, hä? Der kommt ja noch massig hinter uns. Ey! Wat, wo, wat? Ich dir gar nix. Wo kommen die denn alle her? Binden ist nur ein Sniper. Dann kannst du aber nicht so gut Headshots machen, oder? Schleidern? Jaja, bisschen schwieriger. Scheiße, schon wieder die Kippe verglüht. Ich kann kotzen, ey. Haltet euch für das Missionsbriefing bereit. Ein schlechter Geruch. Ich hatte am Anfang das Problem, dass ich meine hier, was ist das? Maus 4 Taste. Mit nem Daumen. Die nehm ich zum Sliden. Die ging gar nicht. Die wurde nicht erkannt. Mit dem Schloss, den Friedensgipfel anzugreifen. Eure Mission besteht darin, eine Demodierung mit den Diplomaten in einen Bereich zu bringen, der unter der Kontrolle von Warface steht. Ja, das ist die vordere. Ja, da ist alles so... ... und... ... und... ... der Kleid umläuft. ... und... 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 Eeeh! Ja, sehr schön. Habt ihr den da oben erwischt, den AT? Äh, den, äh, 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 den Raketen-Hoschi? Bantabu, du! Ach Gott, wir haben wieder die lahme Krücke da in der Kiste, ey. Oh, lecku mir, ey. Was sind denn nochmal die Butcher-Kills? Was ist halt nochmal? Zweimal hintereinander, Nahkampf. Ah. Ja, ja, ich komm mit. Ich bin schon unterwegs. Los, komm her. Hallo. Hallo. Komm hoch. Komm es hoch. Oh. Oh, hier sind noch ein Speck-Ops. Oh. Schon weg. Ganz hinten. Okay. Hey. Boah, ey, ich kann... Wieso werden denn da den Zeit-Bonus schocken, ey. Das ist überhaupt für eine Limo, irgendwie sieht die voll klein aus, ey. Ja, vor allem hat der das Fahren absolut nicht erfunden, der Eiermaler, ey. 10 Minuten ist Quatsch. Das ist mit irgendeinem Trick ist das wieder. Ja. Einfach durchflitten, ohne dass er da irgendwelche Geld macht. Du siehst doch, das... Ja, das geht doch nicht. Der Wagen ist ja trotzdem nicht schneller. Geht schon auch wieder. Ist doch total auf Murks. Unsinn. B-Tag. B-Tag. Alter, der Shigo... Der macht... Der macht, ähm... Naja, ist auch egal. Macht seinen. Was soll's. Was hat er denn gemacht? Ach, ist mir auch egal. Ich hab schon keine Lust für mich aufzuregen. Ich würd's gern wissen, ne? Der rannte da... Der rannte gerade vor mir her. Da waren... Vier... Äh... Feinde. Der machte plupp, 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 plupp. Und hatte... Vier Kopfschüsse. Ja. Du bist schon wieder die Kopfschütze... Kopfschüsse... Sache, ja. Alter, das ist... Aber nicht... Aber doch, Wookie! Das ist... Klapp, 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 Klapp. Hallo? Ja und? Das kann ich ja auch noch... Ja, natürlich. Das... Das ist schon klar. Deswegen hast du auch 34 Abschüsse... Und davon aber ganz... Ja, wenn ich direkt darauf ziehe... Dann geht das schon. Ja, aber doch nicht in der Geschwindigkeit. Hallo? Kommt drauf an, wie schnell das war. Mit einem Schuss kriegst du ja... So, wie ich es gerade vorgemacht habe... So schnell hat er geschossen. Also auch die Sache... Ob die verteilt waren, die Gegner... Oder hintereinander... Die waren verteilt. Okay, die waren verteilt. Ich kann auch mit der Pistrone zielen... Ordentlich so einen Kopfschuss machen. Das ist nicht das Problem. Hey, du blöder Wichser... So. Kein... Blöder Schildpenner. Wo ist die Leiche? Ach, schade. Ich wollte da jetzt doch erstmal draufkotzen. Danke. Spaßen. Hey. Ich bin runtergefallen. Ja, und ich bin jetzt plötzlich vom Auto gefallen... Und bin ungefähr 200 Meter hinterm Auto. Ich auch. Ja. Ey. Guck dir das an! Das geht ja überhaupt nicht in 10 Minuten. noch was naja wir waren aber auch im ersten Teil nicht besonders schnell im ersten Teil waren wir nicht besonders schnell Karo war du lahm arschig beziehungsweise ja ne da wo bei der Garage stand da hätte man das Activate vielleicht schneller machen müssen ja das geht doch ja muss ja gehen ja letzter reichheit guck mal der hat 16 Headshots von 45 also doch doch Vielen Dank.